Fallen jetzt schreibt gar nicht auch ich hab auch kein Leben ich hab Quarantäne Quarantäne mit einem Unterschied darfst du aber raus wenigstens Jessi erst in Quarantäne durftest du gar nicht glaub ich raus oder oder? das ist richtig in der Quarantäne darfst du dich nicht raus bewegen warte mal ich bin hier was hier war lustigerweise muss ich ja dazu sagen was haben wir heute heute haben wir Samstag ne ja normalerweise wäre ich jetzt gar nicht hier sie hätte deine Mutter besser aufgepasst als du nicht da ich war gewollt ohhohoohohohohohohohohohohohohohohohohoho ich war gewollt und hat er nicht wow bist echt ein gewerter Bruder nein das ding war halt ähm nach dir wollten einfach keine Kinder mehr weil die dachten alles dreht Was soll man draußen machen, wenn jemanden treffen darf? Ja, das ist es. Das ist es eben. Darf sie nichts machen. Nein, das Ding war gewesen, meine Mutter lebte damals nach dem Motto, was kommt, wird gewickelt. Also von daher. Ich könnte jetzt dazu was sagen, Jesse, aber nein, das willst du nicht. Du, was können wir uns denn alles basteln? Moment, hello, Mr. Zombieman. Ähm, sorry. Mrs. Zombiewoman. Von Odeborn. Aber wieso? Wir brauchen noch keins mehr. Würden Sie bitte liegen bleiben? Danke. So, ich bin gleich da. Das weiß man nicht. Ich weiß ja ehrlich gesagt noch nicht mal, ob ich wirklich, äh, geplant war. Fakt ist, wir sind jetzt alle da. Ho. Ja, frag mal Mama. Das würde mich mal... Frag, frag mal Mama. Ich kann gerade nicht. Mama war ich gewollt. Nein! Du warst so ein, du warst so ein, du warst so ein Hopsala-Kind. Üpsi. Da, ich wollte eigentlich nur weit aus dem Kühlschrank drücken. Oh. Nein, bitte, das möchte ich mir wirklich nicht vorstellen. Nicht bei meiner Mutter. Ich habe sie tanzen sehen, also ich kann es mir gut vorstellen. Nein, das warst du nicht. Das hast du nicht. So, jetzt Butter bei die Fische. Muss ich Angst haben, wenn ich hier den Weg langkomme, oder? Nein. Gott. Ich vertraue dir. Ich gucke trotzdem auf den Boden. Du wirst doch bestimmt irgendwas hinter der Tür wetten. Hallo, wirst du bitte aufhören. Ich kriege keinen Strumpflach. Funktioniert bei dir nicht. Ich bin nur bei Sau. Du wirst doch mal missbrself-Kind. Was ist hier denn Schattengewicht? Ich bin mir immer was ganz im WoW. Das ist derЛz. Da! Hahaha! Das war mein letzter Schuss. Ähm, ne, eigentlich muss man die bei mir nicht kaufen, Jessie. Also ich kann die sehen, die sind halt einfach da. Ich glaub, wenn du bei Gronkh Abonnent bist, dann kannst du die auch in anderen Chats benutzen, tatsächlich. Ich hab irgendwie schon wieder 10% EP verloren, ich wollt's nur sagen, ne? Ooooooh! Du kleiner... Guck mal gerade, was ich überhaupt alles herstellen kann. An Dinger. Mach mal. Donnerbüchsen, Eisenpfeil, Jagdmesser... Ähm, du hast die, weil ich dir ein Abo geschenkt hab, falls du dich dran erinnerst. Letztes Mal. Deswegen hast du diese... Deswegen hast du diese. Weißt du? Okay, warte mal, jetzt haben wir einmal... Die sind schon mal wieder... ... ...führt. ... ... ... ... ... ... ... ... mir schon genommen wir können ja mal du könntest mal gucken das war ich eine nachricht bekommen vorige schreiben leute wenn du könntest ja mal wenn du gerade mal die zeit dazu gucken ob wir schon ein spiele herstellen können ich muss mal ganz kurz kann ich eigentlich manche gut teilen wenn man mit dritter teilen weiß ich nicht ich kann es einfach schreiben dass du ich will den link die leute sind sehr doof wir brauchen auf jeden fall noch eine weitere kiste ach wirklich jetzt als ob ich als ob ich das nicht gesehen habe du vollidiot honk im sorry so wie teile ich eine kacke hier teilen ach so steht ja ganz gut da hm wenn man lesen könnte ne uuuu wo bist du denn bist du oben warte ich hab hier noch was ich hab hier noch was für dich warte ich bin kurz bei tweeder ich muss das hier tweedern und teilen na gut dann sammle ich es nochmal kurz auf und warte bist du wieder live das sieht nicht nur so aus du hast den chat zugespampt welcher chat meinen ich deine nee äh nicht sondern meine schwester ja meiner wurde nicht zugespampt aber übrigens jesse ich bin jetzt voll reich ja vorhin hat hier jemand 1130 euro gespendet wenn sie verstehen ja mann so bist du bereit hier für das was ich hier für dich habe ja oh ja so und dann habe ich jetzt mittlerweile 1.5 fertig zack und die kiste wo ist denn jetzt hier ich bin ach hier morgen Sportbord zack ein Boden klasse kein gut aber ist so heftig am ruckeln bei mir das geht gar nicht was soll das dass er mich so einfach erschießt wieder mal so was hast du gesagt was braucht man noch ach ja schmiede wollte ich gucken nein sollst du nicht wir schreiben ja was denn wir bräuchten lehm nein ich habe von dem weg aber so viel zum thema wir schmeißen ja nur sachen weg die wir jetzt gar nicht brauchen ich habe einen aber guck mal wo kann ich ihn hier am besten wunderschön hier soll ich leben alles klar wo ist das an der tür irgendwo um ich hab keine ahnung du fertig bist mit dem weg kann sie sich mal kurz reinlegen ich hab genug danke brauchst du jetzt einen ofen ja oder was eine schmiede das feuer wir haben in irgendeiner kiste haben wir ein tier fett auf jeden fall ja aber du könntest mal hier für hier eine fackel bauen ich kann ja keine bauen soll mal leben habe ich jetzt leder klebebein und kurzes eisenrohr moment ein kurzes eisenrohr wieder ich habe mich nicht abfedern 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 darf mal mein Handy denn ich bin beliebt und ich kriege Nachrichten Moment 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 davon bekomme ich einen Minifilschirm hey ich soll fragen ähm guck ich nicht hin ja ach so ja Moment Orton klar gerne äh ja wenn du online bist lade ich dich ein ähm es könnte sein dass wir gleich noch äh einen zusätzlichen Freund bekommen yeah Freunde warte mal bei mir ist gerade irgendwie ich kann jetzt ne Fackel bauen ich lasse gerade ich lasse gerade Frames aus wie ich sehe du lässt so einiges aus ähm auch das war mir jetzt fein nicht dass du das jetzt gerade hast dass ich einiges auslasse ja ne nein ich weiß jetzt wenn man stream guckt wer denn es kann nur eine krankesäne doch sag mal meins 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 Zuschauer ja aber du kannst mir trotzdem erzählen wer wer meine wundervolle bezaubernde Stimme aufhört ja passen zu Grönemeyer äh ja das tut mir leid er hat nicht damit gerechnet dass die Leute da so schnell drauf geliehen überhaupt nicht drauf es waren kurzzeitig auch drei Zuschauer aber einer hat verschreckt sofort äh äh Twitch-Dienst dazu gehört es überhaupt nicht damit gerechnet dass überhaupt jemand zuguckt das ist das ist was du lachst Alter fick dich in dein ähm mein stream ist mega leise in einem achso du meinst äh der Ton im Hintergrund oder was du weißt schon dass ich immer jedes mal EP verliere ne jedes mal? jedes mal und du stirbst? ja also würdest du bitte damit aufhören boah das sind grad hier heftig am ruckeln bei mir wobei mir ruckelt es auch grad extrem du sollst aufhören warum steckt denn der jetzt nicht in dein Hintern? das habe die ich jetzt einschließen wollte das zum Beispiel und das und das ich geh mal hinten nochmal gucken ob wir da in den großen Haushalt finden ja mach mal mach ich auch jetzt hab mich das interessiert du ne gut ausgerüstert ach ich meine die Blutbeutel kann er vernünftig einsortieren weißt du? ja ich wollte jetzt nicht sortieren extra und da ewig äh rumkrebeln boah da krieg ich ja da krieg ich jetzt schon Hals weißt du? ach ich sorg dafür wenig dass wir was zu essen brauchen ey hm ich guck mal offensichtlich so hm guck mal ganz kurz ottem mein lieber komm komm Discord Digga Digga komm Discord ja dann sind wir wenigstens schon zwei Leute die dich ständig abknallen können natürlich gut der ist auf meiner Seite mach und du solltest ihn nicht frusten nur mal so gesagt wem soll dich frusten? du solltest ihn nicht frusten hab ich gesagt was heißt frusten? ihn zum Beispiel ständig erschießen Sonst was? sonst werde ich dich fisten fast 600 Follower fast Jessy fast 600 fast 600 bin noch lange also wahrscheinlich noch lange nicht dran aber es fehlen schon noch einige bis zu 600 well well fast 600 kranke seelen die sich mein Twitter account eins nicht mehr haben hm verstehe ich auch nicht wie er das macht wahrscheinlich weil er seine Fresse das oft doch mal in die Kamera hält ne das ist der Grund warum wir über alle gehen ne das ist der Grund warum wir über alle gehen sag's nun Aua 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 Ach guck mal das Ecki folgt mir nun erfällig Hallöchen, der Eckert. Na, da hat sich wahrscheinlich geirrt. Ja, Schenk, Bruder. Hallo, Sergeant Googie. Na, alles klar? Ah, jetzt ist sie zu dir rübergewandert. Ich verstehe. Ah, jetzt weiß ich, wer es ist. Okay. Ja, cool. Ja, bei mir ist es halt schöner. Wir kommen ja nicht mehr raus. Mir wird schlecht, Alter. Ich komme nicht mehr raus. I'm bored in the house, bored, bored in the house, Martin. Mann, warum bin ich denn... Ach so. War nach Hause. Deswegen. Oh nein, ich hab da noch reingefahren. Ich hätte hier noch eine Schiene für dich. Boah, kannst du die Scheiße jetzt mal ausmachen? Ja, ich könnte da irgendwie auch die Operation lassen. Fast 600, weil ich singe. Boah, ich singe aber nur für dich. Oder hauptsächlich, sonst hast du vergessen. Und ab und zu über die Spiele. Ähm, Joby, du sollst mal bitte in den Chat gucken. Wurde mir gerade gesagt. Warum? Du bist lauter, dein Stream versteht man besser, ja. Ja, sorry. Aber ihr müsst mir, ihr müsst mir mal sagen, was lauter ist. Also muss ich meine Stimme lauter stellen? Muss ich das im Hintergrund hier lauter stellen? Das sind die Hintergrundgeräusche. Nur einfach sagen, ihr müsst lauter, damit kann ich nichts anfangen. Ähm, die Leute schreiben gerade, also die Lautstärke vom Spiel ist gut, aber man hört dich halt. Alles muss lauter. Alles muss lauter. Also ich muss lauter. Nee, nee, du musst dich auf stumm stellen. Dann halt's Maul. Mit dir redet keiner. Warte mal, ich mach mich mal, ich mach mich mal lauter hier im Stream. Und ich hoffe, dass das im Hintergrund, das müsst ihr hier mal... Ja, okay. Alles allgemein. Okay, ich mach Joby auch ein bisschen lauter. Ja, bitte, meine wundervolle Engelsstimme musst du sagen. Sag dich von Anfang an, sag dich schon vor drei Stunden. Drei Stunden. Ich hab nichts geschiffen. I just called. Halt die Maul. Halt die Maul, Digga. Halt die Maul. Bist du gerade noch draußen unterwegs? Ja, ich bin gerade in dem, ähm, Quai. Dann könntest du dir vielleicht gerade mal ein bisschen Erde, also beziehungsweise, ähm, Lehm mitbringen. Ich brauche eine Schaufel. Hm, eine Schaufel. Kannst du kriegen eine Schaufel? Äh, ich guck mal, was das hier herstellen kann. Hm. Also irgendwie kriegt ihr den Geschirr abverliebt. Ach, wo, da, oha. Wo kommt ihr denn her? Was denn? Guck mal einer da. Ach, 16er-Spieler-Gespray-Semore. Ich hab's ja wohl Schuss nicht näher. Wie war's, Alter? Wie war's, Alter? Wie war's, Alter? Ach, Sergeant Cookie. Ach, Sergeant Cookie ist gar nicht ecky, ach so. Nee, Sergeant Cookie ist nicht ecky. Ah. Aber du gemeint hast, er ist rübergewechselt zu mir, deswegen dachte ich... Entschuldigung, ich wollte ja nix dazu schummen. Nee, nee, nee. Das tut mir leid, äh. Jünger Mann, wo sind Sie? Ist eine weibliche Bezeichnung für Sergeant? Was, eine weibliche Bezeichnung für Sergeant? Ja. What do you mean? Na... Alten... Also, Sergeant ist ja eigentlich ne männliche Bezeichnung, oder? Ja. Gibt es sowas auch in weiblich? Sergeant? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, oder? Wo bist du? Oder ist die Frage meiner Titel der für beide Geschlechter? Äh... Fragen über Fragen. Jetzt wird's deep. Wo du bist, Digga? Ich? Ja. Bin immer noch in dem... ...Haus. In unserem Haus? Nee, in dem am Hafen. Ja, dann komm... Weil da sind einige ungelootete Sachen. Dann komm doch mal bitte runter, ich habe eine Schaufel für dich. Nein! Wer mich looted hat? Oh, ich komme sofort, wenn ich hier fertig bin. Ich weiß was. Hier sind noch viele unberührte. In der Zwischenzeit habe ich selber gebuddelt. Und da, Schweder. Ehhh, da, Schweder. In New Orleans. L-la-la-la-la-la-la-la-la. Das koste gerade einen zwei. Keine Guilde? Zwei. Uh, da fand ich hier auch. Denn ich bin bored in der House, in der House. Was? Ich kotze mich, Alter. Jetzt hör ich dich schon gar nicht mehr. Äh, wer bist du? Ich bin, ähm... Nun... Wie beschreibe ich mich denn am besten? Ein Idiot? Ich bin dein Vater. Wenn das von Sergeant Cookie kam, dann ist das grad ein ganz... ganz mieser Witz. Dann bin ich... Ihr Bruder. Ihr Cousin. Ihr... Nicht mit dir verwandt. Cousin? Cousin bin ich schon. Ja gut, dann darf ich das nicht sein, oder was? Nein. Ja, ich bin, äh... Ausspannend auf. Der Ausspannend auf. Ja, keine Ahnung. Pass auf, ich erklär's dir, ich erklär's dir kurz, äh... Cookie, das ist, ähm... Das ist mein ehemaliger Kollege, und ein... Wie du mittlerweile bemerkt hast... Ein... Ein sehr unsensibles Arschloch. Was war daran jetzt unsensibel? Erklär ich dir... Erklär ich dir später. Ja, das konnte ich ja nicht wissen. Das war ja unsensibel. Ja, das war ein... Ein Arsch... Hast du, hast du zufälligerweise... Äh... Noch Leder dabei? Ja, aber sie heißt ja nicht Luke. Weiß ich ja nicht. Ähm... Leder... Schade, wir müssen Leder scheinbar finden. Ich komm's mir zu dir. Ja, wenn du Leder haben willst, musst du bloß an dich runterschauen. Hast du genug Leder? Nein, du darfst den... Ne... Den darfst du nicht als Bruder haben. Mich? Ja. Oh, ich glaub ich wär'n guter Bruder. Ich bin ein guter Bruder. Ich hab ja zwei Geschwister. Ich wär'n guter Bruder. Da kann man nicht besser fahren. Nö, nicht. Oh, ich hab jetzt hier gefunden. 250 Stück. Cool. Nice. Brauchen wir's überhaupt nicht. Aber ich hab's. Ja. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist er noch rauchen oder was? Ja, ich bin jetzt immer noch... Nee, ich bin noch im Hafen. Ich bin noch nicht. Im Hafen der Liebe. Scheiße, ich brauch'n Leder, sonst äh... Kann ich keine Weite auf Schmiede bauen. Wie viele Schmiede möchte ich hier bauen? Na, mindestens ne zweite noch. Damit ich alles gleich hier wegbekomme. Hast du noch Leder dabei? Ich hab... Wo soll ich denn Leder herhaben? Vielleicht irgendwo gefunden, weil du ja gerade was gelootet hast? Nee. Hm. Das Leder hier. Und das Brindstoff. Hm. Schrei mich nicht an. Die mänische Verzünder. Ja dann. Aber nicht du, die anderen. Also... Der Zombie. Ich weiß nicht. Äh... Ich hab' mich nicht an, hätte gedacht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Können wir nicht sehen. Wo bist du? Ich hab' schon wieder das Bedürfnis... Nein. Das Gesicht ist nicht zu schief. Nein. Ich hab' auch hier echt kein Tier gesehen. Kein einziges. Ja, ist doch richtig. Ist doch unten... Ist doch okay. Ich pack' ich pack' Leder weg. Nein, ich mein' ja nur. Aber das sind sehr wenig Tiere. Wir haben die ganze Zeit nicht ein einziges Tier gesehen. Ich mein' was ist das? Keine Tiere, würd' ich sagen. Das hab' ich übrigens besorgt. Ja, herzlichen Dank. Gerne. Ich bin halt nicht... Ich bin nicht nur großartig. Ich muss jetzt lieb sein, weil wir gucken, um die Leute zu. Hi. Ich spiel' es. Immer nett. Hm. Sicher. Der Aufruf, auf mich zu schießen. Wo? Ich hab' noch ein Dickel geschickt. Oh Gott. Ich glaub' das ist auch neu. Du sollst... Du sollst im Übrigen deinen Chat lesen. Achso, ich hab' hier noch was für dich. Wie alt ist deine Cousine? Ähm... Bevor ich auf die Frage antworte. Meine Cousine ist... Ich sag' erst mal ja. 22. Dann geht's klar. Wieso hat's denn geschrieben? Nein. Na, das sag' ich dir nicht, weil das ist mein Chat. Du solltest aber aufpassen, der, der gleich kommt, ist ihr Freund, ne? Just saying. Ich hab' hier ne Schaufel für dich. Bitteschön. Weißt du, dass der kommt? Ich denke es. Hm. Die wohnen zusammen, also... Ah. Mann, hier liegt ne Schaufel auf dem Boden, du! Achso... Das ist ne Sch... Das nennst du ne Schaufel? Das ist ne Schaufel. Das ist... Okay. Ich kann... Jetzt kannst du... So, Loch im Boden ist wieder repariert. Sehr gut. So... Ich darf dann mal den Intensivil véritable den jetzt abfließen. oder? J atenção mal! Japp, japp, japp. Japp. Japp, 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 japp. Japp, japp, japp. Japp, 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 japp. Wiev, japp, 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 japp. Ich soll von Koki fragen, ob wir nachher eine Märchenstunde... Und ja, das bin ich wohl. Das können wir gerne machen. Was hältst du denn davon? Ich hab beim letzten Mal... Ich hab beim letzten Mal, als ich den Stream nicht letztes Mal gemacht habe, habe ich am Ende... Hörst du bitte auf, mich schon wieder zu erschießen? Hör zu. Habe ich beim letzten Mal am Ende eine Märchenstunde gemacht. Ich habe zwei Märchen vorgelesen. Du hast einfach auf dein Leben erzählt und die Leute sind dabei eingeschlafen. Ne. Eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich mal nett sein, aber okay. Es war einmal vor langer, langer Zeit... Ey Penner, komm her. Da war ein junger Mann, der auf einem Gymnastikball saß. Halt doch deinen Maul. Hier, komm, wir haben was zu essen. Hier hast du was zu essen. Was zu essen? Ja, dann hau ich mir das hinter. Aber ich dachte, das war ja klar. Na, warum hab ich gerade Fragen, weil ich hätte gelesen. Und da geht's um. Ich glaub, ich muss mal ganz kurz hier. Ich hätte mal die Vordergrund geholfen können. Wieso was? Äh... Nee. Dann muss ich das Spiel wieder leiser machen. Ja, jetzt hab ich's. So. Jetzt müsste es wieder gehen, glaube ich. Genau so alt wie ich. Wer, Dani? Nein. Muss ich grad sagen, das hat... Die Treptur ist drin. Bei dir. Das ist ein Fies, so. Achso. Weißt du, was jetzt das Fiese ist? Ja. Jetzt kann ich nix mehr dazu sagen. Das kannst du nicht nur über mein Alter lästern. Richtig. Oh. Weil das wär jetzt unfair der jungen Dame gegenüber. Danke. Danke.